Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 6. April. Gut, wir beginnen direkt mit dem Tagesschart im DAX, mit unseren Trendlinien, unseren Markierungslinien für den Long- und Short-Bereich. Wir haben heute den Short-Bereich zwischen 15.300 und 15.350 Punkte. Wir sind zwar am Donnerstag mit 15.107 Punkten aus dem Handel gegangen, notieren vorwürstlich am frühen Dienstagmorgen aber schon bereits im Bereich von 15.250 Punkten ungefähr, dürften also erneut mit einem kräftigen Gap aberöffnen im regulären Handel und daher befindet sich der Short-Bereich hier bereits direkt an der oberen Begrenzung dieses steigenden Trendkanals. Der Long-Bereich befindet sich am noch offenen Gap im Bereich von 14.600 bis 14.650 Punkten, das offene Gap befindet sich bei 14.620 Punkten ungefähr, aber aufgrund der enormen Aufwärtsdynamik dürfte der Long-Bereich erstmal nicht erreicht werden, sondern der DAX dürfte munter weiter ansteigen und höchstwahrscheinlich dann direkt hier die obere Trendkanalbegrenzung um 15.300 bis 15.350 Punkte anlaufen. Wir machen dann weiter mit dem Monatschart und einem langfristigen Fibonacci-Faker hier dieser blauen Fakerlinie aus den 90er Jahren. Der hat den Ursprung in den 90er Jahren und wir sind hier am Donnerstag direkt am oberen Fibonacci-Faker gelandet, deutlich überkauft bereits, aber wir dürften auch dann wie gesagt am heutigen Dienstag hier diesen Fibonacci-Faker nach oben durchbrechen und dann weiter ansteigen. Sobald wir uns dann hier über diesen Fibonacci-Faker aufhalten, kommt es darauf an, dass wir dann möglicherweise bei einem Rücklauf hier diesen Faker verteidigen können und dann hier wieder nach oben abprallen und dann weiter Kurs nehmen Richtung 15.500 Punkte. Dieses langfristige Bild deutet bereits darauf hin, wie überkauft der DAX aktuell ist und schon seit Wochen ist eigentlich und eigentlich nur durch die enorme Geldflut der Notenbanken nach oben getrieben wird, sowie der Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie. Aber wie bei jeder Übertreibung ist es so, wie auch in der Vergangenheit, dass dann nach einem langen, starken Hochlauf in der Regel auch wieder eine stärkere Korrektur eingeleitet wird. Gut und damit wären wir dann erstmal wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Dienstag. Ich hoffe, Sie hatten ein angenehmes Osterwochenende, wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Handelswoche und viel Erfolg im heutigen Trading.